Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. So. Ups. Album. Das haben wir. Oster der Randallstraße. Keine Ahnung, wo das ist. Hier waren wir schon, aber irgendwie haben wir das irgendwie verpeilt. Das müsste wohl ein Schloss in der Nähe sein. Ich will mich aber hier nochmal... Alter, was ist das für ein Viech? Was ist das? Oh Gott, oh Gott. Der war eine Hütte. Woh, 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 woh. Woh. Aber das Schwert will ich gerne haben. Ja. Das war abzusehen. Wir müssen das wahrscheinlich aus der Ferne angreifen. Ich halte irgendwie wie Schatten-Ganon zu sein, oder? Oder Mini-Ganon. Ich hatte das keine Hütte. Ich halte das nicht. Ich halte das nicht. Ich halte den Hütten. Wir müssen das nicht und wegfutunnen. Weißt, was nicht sch觀眾. Wer war nur das Lass. Also, was jeder für den Hütten. Kann man hier drüber überspringen? Oh ja, danke. Das haben wir ja schon in der letzten Partie sehen. Wollen wir jetzt nicht. Den verstehen wir jetzt eh noch. So. Der hat Eispfeiler, die One-Hit nicht. Ich glaub, das... Boah, Alter. Ja, das ist nicht dein Ernst. Oh. Den Stress ist sehr massiv rein, ey. Oh. 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 So. Scheiße. Weg, 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 weg. Genau. Drei Fallen auf einmal. Genau. Als ob. Jetzt bin ich nochmal. Boah. So. Jut. Wenn man den hier oben schön hat. Steinsalz. So, vier. Topaz. Ein wertvoller Edelstein, der in Highwood gefunden werden kann. Aufgrund seiner Vorhau wird ihm nachgesagt, die Kraft von Blitzen zu enthalten. Er zählt hohe Preise. Bernstein. Steinsalz. Feuerstein. Kann man den umbringen? Mal so nebenbei gefragt. Wo? Okay. Oh, da ist ein Schrein. Wo ist denn der jetzt hin? Hm. Weg ist er. Gibt es denn noch irgendwo? Schreine? Weg ist jetzt nur diesen ein. Das ist noch ein Dürmchen. Dann sind noch dreie. So. Dann lass den fliegen. Okay. Das ist noch ein bisschen zu sparen. Jetzt kommen wir schon wieder. Das ist ein neues Gebiet, wo ich ja nicht wollte. Ah ja. Ja. Oh, okay. Ziehen kann man tatsächlich umbringen. Das ist noch ein bisschen zu sparen. Das ist noch ein bisschen zu sparen. Okay. Wo ist der Schrein jetzt? Oh, ein starker Exalbo. Mit Metallverstärkter Exalbo. Sein Holzstand von seinem biegsamen Sumpfbollen. Vielleicht zu ihm im abgeschlossenen Fein eine brichtliche Durchschlagskraft. Alter, geil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, auf alle Fälle. Exalphos Horn, das gewunderte Horn. Okay. Wo sind das jetzt? Okay, wir kommen darauf zu. Oder? Ja. Hä? Ach da. Alter. Alter, der hat so ein geiles Langschwert. Jetzt. Jetzt geht's ab. Ich wollte doch... Man kommt nicht mal zum Schießen. Ach man, warum muss... Ach, ey. Aber das nervt's echt. Das nervt türisch. Hat er denn jetzt nicht abgespeichert? So. Wo waren da schreien jetzt? Dort. 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 Ist das ein Dorf? Ist das ein Haus da oben? So, guck. Ja, toll. Oh, man, man, man. Linke, 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 boy. Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, jetzt kriegen wir unseren geilen Bogen nicht mehr, ne? Scheiße, ja. Also, schreien würde ich jetzt gerne hin. So. Ah, genau, da ist der Morgen. So, den schmeißen, den alten schmeißen wir raus. Jut. So. War jetzt der Spakunen hier. So, der Spakunen hier. Okay. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Womit hab ich das verdient, ey? Womit? Womit hab ich das verdient. So. Gut, ich hoffe, jetzt kriege ich jetzt noch meinen geilen Boom. Oh ja, danke. Wo ist mein Boom? Wo ist mein Boom? Da ist mein Boom. Das ist mein Lieblingsbogen jetzt. Ich hoffe, der geht nicht so schnell kaputt. Das wäre echt schade. So. Das ist mein Lieblingsbogen. Okay. Weg, 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 weg. Ja. Ach, ey. Ich finde das ein bisschen unfair. Ich sehe halt nichts. Ich muss... Ich muss... Och, Mann, das ist so einnervt. Ganz ehrlich. Das ist echt anstrengend. Kommt ja nicht mehr zum Schrein, ey. Mann. Nein. Vielen Dank. Oh, hier ist eine Tour. Oh, jetzt war er von Murs bedeckt. Oh, den sehen wir noch. So, ich möchte jetzt wieder meinen Bogen haben. Spawnt, meine Gegner. Spawnt. Dankeschön. Mein Bogen. Dankeschön. Super. Musst du bloß löschen. Wo ist denn der Bogen jetzt? Hä? Die schon aufgesammelt? Ja. Okay. Warte mal. Muss erstmal diese Tief loswerden. Am besten Speicherkätze hier ab. Das sind übrigens ein Randel. So. Oh. Warte, 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 warte. Da kommt noch ein anderer Spinner. Ich grasse hier gleich aus. Ich grasse hier echt gleich aus. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Die fünf Flammen. Ich schaue mich bloß kurz mal um, wie das hier jetzt gerade gemeint ist. Fünf Flammen. Musik jetzt. Nee. Ja, wie kriege ich das jetzt wieder runter? Musik. Kommen wir denn da an der Truhe ran? Hochklettern, oder was? Oder Magnet? Scheint, ist das hier eine Kletterwand? Nö. Verstehe jetzt, Marina. Und nicht, dass ich hier mit Feuerfeiern agieren muss. All right. So, und jetzt? Das ist noch lange nicht gelöst. Warte mal. Heißt du wirklich die fünf Flammen? Wirklich Flammen? Sieht mir eher nach so einem Wasserrätsel aus. Wirklich? Na ja, es ist das? Wirklich? Ja! Oh, das ist das. Oh, das ist das. Ja, ich bin ein paar, ihr machen. Ja, ich bin ein paar. Aber ich bin es. Ich bin ein paar. 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 Ja, ich bin ein paar. Ich bin ein paar. Moment. Warte mal. Spudelt das Wasser unten, ne? Hä? Hä? Das sind aber zwei Drohnen. Wie willst du denn da rankommen? Ist das mit Magneten, oder was? Funktioniert aber so nicht. Hä? Muss ich da mit Feuerfallen agieren, oder was? Oder warte mal. Ich glaube... Ich glaube, wir haben das vergeigt schon. Ich glaube, wir haben das wirklich schon vergeigt gehabt. Wir müssen nochmal kurz raus und wieder rein. Ich glaube, ich weiß, wie das gemeint ist. So. Gut. Gut. So. Ja. Okay. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Okay. So. Ah, okay. Wollte schon sagen, hä? Warum? So, wir sind drei Flammen. Ach, die eine da unten muss noch. Ich sehe das schon. Ups. Ah, scheiße. Wobei... Eigentlich ist das ja auch nicht so schlecht. Nein, fuck. Jetzt haben wir komplett scheiße gebaut. Brauche ich jetzt ihn? Oh, warte mal. Am einfachsten hätten wir es mit den Feuerpfeilen. Aber haben wir ja leider nicht. Hm. Hm. Okay. Also. So. Aber schon mal eins. So, jetzt müssen wir halt eigentlich jetzt nur noch drehen. Theoretisch. Genau. Drei Flammen sind schon mal an. Drei. Aber nein. Ents Und ja. So, dann müsste ich jetzt eigentlich nicht da lang und nicht so lang. Guck mal. Ja, ich hab mir schon fast gedacht. Äh? So. Okay. Scheiße. Theoretisch. Können wir das jetzt einfach so weitermachen. Oder? Jo. Jetzt haben wir das. Okay, war schön knifflig. Finde ich cool. Aber an... Jetzt muss ich aber bloß mal gucken, wie ich jetzt an die... Drohnen rankomme. Ich muss ja mit Magneten ran. Da ist der Winkel aber zu scheiße. Bin schon gerne dran. Warte mal, komm ich ran? Ja. An denen schon. Okay. Ein Zora-Bogen. Mit diesem Bogen jagen die Zoras Fische. Keine besonders hohe Spannkraft, doch das besondere Metall, aus dem er bestillt, macht ihn sehr beständig gegen Verschleiß. Brauch ich eh nicht. Brauch ich eh nicht. Ne? Oder so oder so bestimmt. Oder so bestimmt. Ah, süß sie. All klar. Jut. War ja eine Qual hier. Aber naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir schon wieder vier. Jetzt können wir wieder einen Herzcontainer holen. So, meine Lieben. Also, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal.